Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das große Glück heute am 16. August 2017? Und welchen Tierkreis zeichnen haben diese Glück heute? Wen beschenkt Fortuna? Das sind gerade die Zwillingsgeborenen, besonders die Zwillingsgeborenen, die am 27., 28. und 29. Mai Geburtstags haben. In welchem Lebensbereich haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück? Das ist der berufliche Aufstieg oder ein Neuanfang, ein beruflicher Neuanfang. Da liegt das Glück. Oft hindert uns etwas bei diesem Glück, weil wir das nicht bewusst wahrnehmen oder sind noch Hindernisse. Welche Hindernisse kann das sein bei den Zwillingsgeborenen, bei diesem beruflichen Erfolg? Das ist die Vergangenheit. Entweder halten sie etwas fest in Vergangenheit und haben Angst von einer beruflichen Veränderung. Dann kann auch ein Hindernis sein, dass man Gespräche führt mit Personen, die man von früher kennt. Die können nämlich auch ein Hindernis sein. Dann kann auch ein Hindernis sein, wenn man in diesem beruflichen Neuanfang viel erzählt von Vergangenheit. Wenn man das beherzigt und achtsam damit umgeht, dann verspricht Fortuna das Glück. Glück bei einer beruflichen Verbesserung, einem beruflichen Aufstieg oder einer beruflichen Veränderung. Nicht nur Fortuna wirkt bei den Zwillingsgeborenen heute, sondern auch ein königlicher Stern, alter Baran, ist auch wirksam und hat auch einen Vorteil. Das ist nämlich das Auge des Stieres. Dieser Stern, alter Baran, befindet sich zwar im Tiergezeichnen Stier, aber wirkt in diesem Bereich bei Zwillingsgeborenen, besonders die, die in der ersten Dekade geboren sind. Und weil hier handelt es sich um das Auge des Stieres, bedeutet auch die Augen offen lassen, etwas klar und deutlich erkennen. Und was sollen die Zwillingsgeborenen klar und deutlich erkennen? Ihren beruflichen Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass sie selbst die Entscheidungen treffen und möglichst schweigen. Weil ein Gespräch kann ein Hindernis sein. Und es war meine heutige Glücksenergie, wenn jemand wissen möchte, welchen Tag wirkt Fortuna? Wann sind die Glückstage und vor allem welche Lebensbereiche sind die Vorteile? Dann können wir das berechnen. Und ich freue mich natürlich auf die Kontakten. Unten befindet sich bei der Beschreibung meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.